Je später der Abend, desto fort bischer ich dann auch die Gäste, sag ich mal. Ja, liebe Punderpack steht auch das Christkind bei euch vor der Türe. Und der Robert steht halt neben mir, also sprich in 25 Sekunden. Ivan, Ivan, Sariman, wenn er reist, dann Nariman, wie ich noch so schön bei uns im Favoriten gesagt habe. Oder auch Penis Lane, was will ich ihm stehen, das wird schon gehen. Das war eine der ersten Verpackungen, das hat mir gut gefallen. Da habe ich schon nicht gewusst, das ganze Kind ist auch in Oswald gut, den wir produzieren. Ah, da ist er, seit der heute. Wir spielen jetzt fundamentale Rock'n'Roll Musik als vorletzten Titel und dann spielen wir das berühmte Spiel Ivan, Ivan, Sariman, wenn er reist, dann Nariman. Aber, zuerst, wenn das Kind die Gitarre gestimmt hat und das Bierglas aus der Hand nimmt, wird er jetzt seine alte Nummer vom Herrn Samuel und vom Herrn David anreißen. Seinen Teufest, das war ich genau. Oh, nein. Wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt. Achso? Ah, schön! Es geht weiter. Ja, dann. Der braucht nicht groß, noch. Wir haben ja nicht den 80er Jahren geschenkt. Wach man, dass ich schon so ist, gleich mal schauen, ich hab dann die Scheißung, letztendlich. Na ja. Das ist echt. No, du bist da. Untertitelung. BR 2018 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 Der Wunderbarer, rise in line! Der Wunderbarer, der Lanzigartige ist. Du hast mich auch geholfen. Hier kann ich auch. Du bist ein schönes Weihnachtsfest. Danke, dass du gewonnen hast. Das ist wirklich wundervoll. Danke, all the love. Bis zum nächsten Mal wieder. Beide! Danke! Wenn ihr wollt... Wenn ihr wollt... Dann haben wir noch eins für euch. Aber die Frage ist, ob ihr das, was wir haben wollt... Ich sage es so... Ich sage es so... Ich sage es so... Der Ryan hat das, glaube ich, als 13-jähriger bei einer Schulerführung als Engel gesungen. So. Der Georg Gabler, so wie der Bertl und ich am besten die Autos spielen können, ist der Georg Gabler, der Weltmeister des Block-Keyboards. Niemand kann das so spielen wie du. Es gibt überhaupt niemanden, der so spielen kann wie dich. Und ich bin so froh, dass ich dich nach all den Jahren habe, weil es ist nämlich eine WM-Leistung mit mehr als 15 Jahren. Es ist wirklich schön, dass er mich vor Weihnachten lässt. Und ich bin so froh, dass ich dich hier habe. Und ich bin so froh, dass ich dich hier habe. Danke für mein Georg und danke für all dieses. So! Und ihr stimmt das Lied! Stellt euch vor! Moment! 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 Das ist dein Partner! Das ist der Weihnachtsmann! Das ist der Weihnachtsmann! Aber ich kann heute sehen! Genau! Damit ist der voll gemeinte Ofengemeid meine Damen und Herren. Nicht, was sie sich denken, Sie Schweine! You ask for it! You ask for it! You ask for it! Okay! Very nice day You feel it away This year To save me from tears I'll give it to someone special With this feeling A choice inside I kept my distance But you still got to smile I can tell you maybe Do you recognize me? But It's better you It doesn't surprise me Christmas I wrapped it up and sent it When you know Saying I love you I meant it Now I know what a fool I feel Cause when you kiss me I know you're proving it Last Christmas I gave you my heart But the very next day To give it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day To give it away To give it away This year To save me from tears I gave it to someone special Yes To give it away The very next day Is the day I Jack That was a wonderful I just got to ask you We can't do it To give it away This year This year I can't do it To give it away You've got to ask me To give it away I'll give it away I'll give it away To give it away And I'll give it away Musik 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 Wir werden die Künstler in der Gelenklandske, die in der Mitte der Gelenklandske, die in der Mitte der Gelenklandske. Vielen Dank.